Mahlzeit, ich bin's, euer Tigger und es ist mal wieder Zeit für ein Albumcheck. Diesmal gibt es die Band Argo Rock mit ihrem Album Usurpator und Argo Rock haben sich benannt nach diesem Viech hier aus dem Spiel Zelda, ich glaube es ist die Twilight Princess und Moment, wartet doch mal ganz kurz, da ist er wieder, zack, passend zur Band Zelda, so jetzt, aber Argo Rock, Usurpator, ihr kennt das ganze, bevor ich in die CD reinhöre, schauen wir uns das gute Ding mal an, von vorne ein Steinmonster, das ist aber nicht der Argo Rock aus dem Spiel, also ein Steinmensch, Steinfigur mit Totenschädeln in der Hand, der Name der Band hinten drauf, vorne drauf, so, von hinten, die Leder, zack, die Tracklist, das Ganze ist 2020 erschienen, die CD, seht, war schlicht gehalten so ein bisschen, da ist kein Bild hinter, da ist so ein bisschen, doch ein Totenkopf ist da zu sehen, weiß ich ob ihr den seht, so, dann, voll gut, das Beste ist, wenn man das Heftchen rausnimmt, dann danke für deinen Support, bitte, bitte, so, schauen wir mal rein, gleich wie es kann man vorne drauf, Texte, noch mehr 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 Texte, vielleicht ist da ein Bild dabei, man weiß es nicht, man ist sich da noch nicht ganz so sicher, ich ziehe gerade mal aus, bin hier von drin, da bräuchte ich keine Käppi, oder ich mach mal so rum, ach, so rum geht auch, stört der Schirm gerade da vorne so ein bisschen, so, dann, ihr kennt das Ganze, wir haben es jetzt gesehen, hören wir einfach mal rein in das erste Lied, aus der Tiefe, so, ein bisschen leiser gemacht, war ein bisschen A-Cloud, guter Anfang, Melode, so kann ein Album anfangen, das ist geil, sehr geil, sehr geil, so macht das Spaß, Schrei brutal, das ist geil, ich mag sowas auf Deutsch, das find ich geil, auch mit diesen Fantasy, oder Pagan Texten, oder ein bisschen, ich find's geil, das war aus der Tiefe, sehr geil, gefällt mir als Opener, mega, brutal nach vorne, richtig geil, richtig hart, lädt zum Kopfschütteln ein, das macht Spaß, also, mir zumindest, ich mag ja solche Mucke, das ist so diese, gute, ähm, Melode, auch von Groove Metal mit drin, die Texte, das wäre jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, das Monster aus der Tiefe, kann viel bedeuten, geht es auf Zelda zurück, ich hab mir den Text ja nicht komplett angehört, steht ja auch hier im, hier drin, ich könnte mir jetzt durchlesen, ja, ihr kennt mich, ich bin da zu faul für, das mache ich irgendwann mal, wenn ich mir das Ding anhöre, kann ich mir den Text auch komplett anhören, auf jeden Fall, der Opener, mega, brutal nach vorne, richtig geil, so gefällt mir das, und, äh, hoffen wir mal, dass das mit dem Protektor so weitergeht, ja, schon mal ein guter Anfang dafür, die Links der Band sind natürlich unten in der Infobox, auch der Spotify Link, da könnt ihr euch das Ganze selber anhören, oder ihr gönnt euch, die CD und kauft sie euch, bei der Band. Ah geil, Dreivierteltakt, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, auch die, 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 die Keyboards, oder die Samples im Hintergrund, mega, auch die, 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 die Keyboards, oder die Samples im Hintergrund, 600, das ist'n bisschen, Ari hat ichi, das ist anders, das, äh, ich mag das, dass die Stimme da so´n bisschen, bearbeitet ist, oder, Halbrauch satzt ins Poor's, das ist geil ich mag den unterschied darin ist hohe und jetzt so leicht schräge geschrei auf pause haben wir jetzt eine minute 53 reingehört das geht dauert insgesamt vier minuten 44 die lieder sind allesamt über vier minuten auf jeden fall alle über dreieinhalb minuten das kürzeste ist genau dreieinhalb minuten zehn lieder an der zahl sind es in römischen lettern in römischen lettern hinten drauf fällt mir ein witz einer kommt ein römer in die bar und sagt ich hätte gern fünf bier kaum der war nicht gut ja nach dem dummen spruch brauchen wir erstmal odyssey das ist griechig ganz anderer anfang gar nicht so hart anfangen das über odysseus und seine odyssee da geht es wieder gut nach vorne so macht das spaß so kann man die cd hören wieder gehen gut nach vorne maximal kurze intros so 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 die aggressivität in der stimme von den texten her geht das in den täglichen bereich ein bisschen sehr geil mega ich habe schon einige wochen hier liegen sie dir jetzt erst reingehört kennt das ich höre für euch immer zum erst mal sein mega gefällt mir ultra gut ja machen wir da mal auf pause haben jetzt fast zwei minuten rein gehört das fliegt dauert fünf minuten und vier sekunden die sind alle gut lang wieder wie gesagt das erste lied 433 das zweite lied 444 und das dritte 5 nicht 555 minuten und vier sekunden das ist mega gut ja die band ist nur zu dritt ich erzähle euch mal kurz wer das ist das ist der bohr am gesang das ist der an die an der gitarre und das ist der bild am bass programming und den backhills das heißt da ohne schlagzeuge gespielt ohne schlagzeuge dabei ich weiß jetzt nicht ob hier ein ersatz hier ein schlagzeuge mit dabei ist das schaue ich mir gerade mal an hätte ich mir natürlich auch vorher um nachlesen sollen laut dem was hier drin steht ist glaube ich kein schlagzeuge dabei aber das heißt das heißt schlagzeuges programmiert aber auch ich nehme an wenn die band live spielt haben sind schlagzeuge dabei ich hoffe dass zumindest weil es einfach besser so ja hören wir weiter ins nächste lied refugium die gitarren hintergrund hauen voll hart rein und vorne diese leichte melodie die ding 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 geil klingt wie von einer harfe gespielt sehr geil der kopfschüttel part tierend war ein brecht bisschen anders na na ich ein bisschen nach vorne sind es bei der minute sind wir bei zwei minuten habe ich da wohl alles am text übersprungen was kam ich bin noch ein bisschen gut böse ganz ehrlich so was will ich live sehen definitiv jungs wenn ihr hier in der gegend zeit sagt mir bescheid ich komme ich komme rum sagt irgendwo in nordrhein-westfalen ich komme hin die band kommt aus in dresden sachsen ist jetzt natürlich nur strecke bis nach hier aber wenn er bock hat kommt rum und ich komme vorbei ich sorge dafür dass ein paar mehr leute vorbeigekommen ich bringe dann ganz viel mit wird geil also ich mag die musik total stehe ich total drauf das ist mega haut rein knallt macht spaß es ist diese ich liebe es ja neue bands zu hören die auch ein leicht eigenen stil haben das ist ein absolut gut eigener stil und er macht richtig richtig laune also ich mag diese aggressivität in der musik vor allem weil das ganze auf deutsch ist und dann das ist ich verstehe es nicht so dass ich das englische nicht verstehe aber halt je nachdem wie wörter ausgesprochen werden versteht man sich halt immer entweder besser oder schlechter und ich finde es halt geil und vor allem text noch mal drin für die dies nicht so gut raushören können bei dem geschrei ja nächste lied haben rein königin der asche was anfangen mit schlagzeug und gleich es ist eigentlich alles ganz easy ohne geschnörkel ohne sonst was aber es passt mega ganz einfach schlagzeug lauf da und ja dann gebast lauf die leichten leichten ja gut die selbst mit dort das füllt halt komplett dann muss man nicht tausend instrumente reinbringen das ist auch der aufbau von den bieter megan also das passt weil es halt direkt immer der beat gleich bleibt ich mag es nicht wenn der beat dann vom schlagzeug findet er immer sich steigert so von minuten zu minuten aber das finde ich geil so ja es passt ultra gut blut beschmutzt dein leib ja die königin der asche auch reiht sich da perfekt rein in die in die anderen lieder ist und bis jetzt kein ausreißer wieder nach oben noch nach unten das ist 1 bis 5 geil gut durchhörbar das macht spaß dass eine cd die man bis dahin bis zu dem punkt wirklich gut durchhören kann muss ich sagen wenn man halt auf die art der musik steht da muss man ja immer dazu sagen es gibt doch eher die leute die mögen es dann eher noch schneller nach vorne dann die können damit halt relativ wenig anfangen aber ich das finde ich hat diese aggressivität in der bei dem tempo die aggressivität zu halten das finde ich mega und ich bin gespannt was da jetzt noch kommt ist ja jetzt noch sechs glieder habe ich meinte eigentlich was er jetzt noch kommt so wie die band sich entwickeln wird was die band macht weil das ist von 2020 auch schon zwei jahre alt damit konnte man nicht auf tour gehen wegen corona jetzt kann man ja wieder auf tour gehen mal schauen die band live sich mit dem ding hingegen traut kalter stein kommt jetzt bis jetzt ein bisschen anders ist eben durchgängige gelobt jetzt kommt so ein bisschen was anderes mal mit rein guck mal auf den break der hast du es dahin da ist jetzt schon eine minute aber doch nach einer minute es passt wieder reiht sich komplett rein von der musik her jetzt so ein break braucht man auch mal live damit man nicht immer volle pulle geben muss sonst ist man relativ schnell fertig ich bin jetzt bei zwei minuten 22 ganz anders ich mache auch noch magten klar gesang nicht ganz aber es passt halt rein da passt wieder mach mal das mal auf pause ist der kalter stein ein lied was ein bisschen ein break ein bisschen anders ist aber ich würde mir das geht jetzt so an sich wie es lief nicht einzeln an machen bin ich ehrlich aber durch hören ich würde es nicht ausmachen ich würde nicht überspringen ich würde nicht kippen ich würde komplett so wie es ist weiter mit durch hören weil das war ja doch an sich zwar sehr abwechslungsreich aber gut ich habe jetzt auch nur teilweise wird ich habe ja noch habt ihr mitzukommen ne eben auch so ein lied was wahrscheinlich nicht live vor publikum auch noch mal anders rüber kommt und da bin ich mal gespannt was die jungs live liefern da bin ich echt mal gespannt also agorock kommt nach hier in die gegend hinter der maske ich habe mir jetzt noch gar nicht mehr nach vorne mit schnell ja mega das ist so ein kopf wird das ein morschpitz geht wenn es gute krauter ist wird er gemoscht oder Zumindest gut gedankt. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an diese Gothic-Rock-Fans zu einigen Sachen. Jetzt nicht mehr. Wie findet ihr das? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Hinter der Maske, ultra geiles Glied, mega, macht Spaß und ja, kommen noch drei Lieder. Aber Argo Rock, auch mal ein geiles Artwork hier vorne. Das Artwork ist gemacht von der Carolin Meier. Finde ich sehr geil und die Assistenz beim Logo zeichnen war der Tobi. Ich finde es an sich ziemlich cool gemacht. Schaut es euch mal an. So. Ein bisschen, vielleicht ein bisschen dunkel, aber das macht ja nichts. So. Zunächst Glied. Kartarsis. Bleibt schnell. Das ist noch ein guter Anfang. Direkt rein. Zurück. Jungs. Ich finde es cool so. Das ist geil. Gitarre alleine. Ich buche ein bisschen nach vorne. Bei der Hälfte sind es bei 1,50 ungefähr gelandet. Man sieht wo es hingeht, es bleibt gleich. Das ist geil, das Album kann man gut durchhören. Der einzige Ausreißer war der wirklich kalter Stein. Es ist kein schlechtes Lied. Definitiv nicht. Nur vom Stil her. Ein Ausreißer. Gefällt mir. Normalerweise würde ich euch ja noch sagen, was die Band sonst noch so gemacht hat. Also was die Band vorher für Alben rausgebracht hat, was die Band noch so gemacht hat. Aber die haben vorher nichts rausgebracht. Es gibt nicht viel zu den erzählen, was ich hier so auf Anhieb finde. Deswegen. Keine großen Umschweife. Wir hören uns vorlesen Lied. Meister der Lügen. Was wird denn da aufgezogen? Eine Spieluhr. Geil wie man da die Melodie übernommen hat. Ultra gut. Ich nehme an, dass sie zuerst kommt und dann kommt die Melodie auf die Spieluhr. Geil. Ich spule direkt noch ein bisschen nach vorne. Das ist wieder hart und geil nach vorne. Aggressiv. Geiles Lied. Ja. Bevor wir jetzt zum Schluss zum letzten Lied kommen. Wie immer mein Aufruf an die Bands da draußen. Wenn ihr auch eine Band seid. Und auch so ein Album checken möchtet, wo ich mal in eure CD rein höre. Bisschen was über euch quatsche. Vielleicht ein bisschen mehr als über Argo Rock nur. Da habe ich nichts gefunden. So wirklich zum quatschen. Und Facebook nehme ich da immer so ungern als Quelle. Weil ich gucke halt so was es immer so über die Bands so zu lesen gibt. Ja. Jedenfalls wenn ihr auch eine Band seid. Album check haben wollt. Handgemachte Mucke. Metal, Rock, Folk, Mittelalter. Alles in dem Bereich. Dann schreibt mich an. Mein links sind unten in der Infobox. Da gibt es. Komm mal gucken. Was wir machen können. Dann können wir mal auf die CD schicken. Ich zeige mal auf die CD hier so rein. Dann wird das bestimmt großartig. Ja. Aber kommen wir jetzt zum letzten Lied des Albums. Zum Tag des Zorns. Fängt jetzt nicht so zornig an. Aber da wird auch keine Dabuka passen. so leicht ägyptische Klänge. Oder orientalische Klänge. Aber sehr geil. Dann geht's. Die haben sich wirklich was bei irgendwie dann gedacht. Nicht einfach nur stumpf drauf losgespielt. Was im Debütalbum was wirklich mit Verstand gemacht ist. Die haben sich nicht alles in der Zeit. ziemlich weit nach hinten gespult den meisten text übersprungen da kommt der text totalität bleibt bestehen wir hören den schluss rein wir sind jetzt bei fünf minuten 50 jetzt das dauert sechs minuten 32 noch zu ende an weil auch im cd aufhört ist wichtig weil die leute ja irgendwann auch wenn man den player hat sein hat es auch gepfitt stehen und dann deswegen finde ich auch so ein bühner cd aufhört immer wichtig weil man ja okay leise raus kann man machen ich hätte es mit irgendwas mit dem gericht okay jetzt hat mir zu erprobt leise auf aber egal das album agorock usurpator geil definitiv das wird gleich noch ein paar mal laufen bei mir ich habe ja momentan höre ich in viele neue einmal aktuell kommen auch so viele neue geile sachen jetzt mal ernsthaft also irgendwie die band denkt nicht ja gut man kann sagen wir wieder auf tour gehen das heißt jetzt werden auch die ganzen alben wieder rausgebracht damit die band halt die bernzeit aktuellen album aufbringen können das ist halt geil der markt wird gerade überschwemmt mit guter mucke was aber auch dann leider dazu führt dass nicht jede band so gut gehört wird weil vieles geht dann auch unter aber bei kleinen bands wie gesagt schreibt mich an support ist sicher so zack agorock usurpator das metal melodic das richtig geil ganz auf deutsch spaß gemacht und ja bleibt mir noch zu sagen wie das der band natürlich eine likes links und unten in der infobox überall überall wo sie sind überall wenn ihr die bett und ich kann von mir darauf empfohlen wird schreibt den hashtag empfohlen von tiger in die kommentare fände ich cool macht mir spaß wenn wenn halt wenn wenn bands durch wenn ihr auf bands aufmerksam werdet durch mich das freut mich immer sehr und deswegen mache ich das ganze auch weil auch so ein bisschen nehmen und geben ich bin erst neben geben ich finde es cool und das finde ich halt wichtig ja und wenn euch mein video gefallen kann ich natürlich auch ein leicht gelassen schaue ich noch gerne andere videos und würde mich sehr freuen könnt das ganze gerne abonnieren dass wir mir eine große ehre und sagen macht's gut und haut rein